Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Foundation. Ja, die Kirche wächst. Die Kirche. Irrsinnig fehlen Werkzeuge und fehlen uns noch. Ja, Steine fehlen uns auch, aber da habe ich nicht so die Befürchtungen. So, das Herrenhaus wird erweitert, der Vogt muss Platz haben und hier kommt noch eine weitere Schneiderei her, weil wir haben viel Tuch, keine Wolle und auf den Märkten insgesamt zu wenig Kleidung. Das muss natürlich alles, ja, das muss alles neu werden, das muss alles ergänzt werden, das muss alles gut werden. So, genau. Der neue Plan für die Brücken. Wobei, für die Brücken. So, wir haben auch sehr viel an Wohngebiet im Moment freigegeben und da wird auch schon ganz fleißig gerade gebaut. Auch das ist gut. So, da ist nämlich kein Baumeister, kein Baumeister und hier ist auch kein Baumeister. Super. So. Dieser Holzfäller mit drei Arbeitern fehlt noch brav. Und da ist schon fast alles weg. Super. Dann schränkt man da das Abbaugebiet gleich ein. Oh, dann brauchen wir es später nicht machen. So. Ah, der eine Baum kommt noch rein, alles andere kommt raus. Super. Ich glaube, ob ich da ein Loch gelassen habe, wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. So. Hier waren die auch schon ganz fleißig, was ich ganz toll finde. Oh, und hier natürlich. Na, 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 na. Na, 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 na. So. Ja, super. So, da baut natürlich noch keiner. Geplant ist ja hier ein Forsthaus, ein Holzfällerlager und ein Brunnen. So. Wie sieht es denn? Allgemein. Bären haben wir irre Mengen Bären. So, da könnte jetzt schon der Händler... Achso, da hat er schon gekauft. Okay. So, wie sieht es hier aus? Ja, ganz gut. Steine könnten wir jetzt wieder brauchen. Ja, aber das brauchen wir nur jetzt für das Kirchenprojekt. Kirchenprojekt. Ja. Ich meine, das ist schon viel. Die brauchen schon enorme Mengen. Wie viel haben wir denn gerade frei? Na, nun haben wir vier, zwei, kommen wir noch dazu. Wir könnten natürlich... Wobei, wir haben viele Bauarbeiter. Ich will das jetzt gar nicht überfrachten mit Bauarbeitern. Ist schon okay, so. So. Hier allerdings möchte ich gerne, auch wenn es irrsinnig idyllisch ist, noch einen dritten Schäfer dazu stellen. So. Total idyllisch. Ich glaube, man könnte den Schäfer zum Beispiel jetzt schön hierher tun. So zum Beispiel. Ich glaube, das wäre gut. gut. Ja. Dann kommt er auch schön zum Brunnen und da ist ja die Schneiderei. Also die Weberei vor allem mal. Und dann die Schneiderei. Super. Getreide und so. Getreide sind wir immer voll. Mehl haben wir immer ein bisschen wenig. Aber das Verhältnis Mehl und Bäckereien dürfte passen, weil kein Wähl auf Lager, kein Bruder. Ja, deswegen passt es, weil nichts auf Lager ist. Nein. Da ist alles gut. So. Ja, im Moment können auch nicht alle Baumeister an der Kirche. Boah. Okay. So. Wir haben minus fast 400. Wahnsinn. Oder? Das ist jetzt echt. Das ist jetzt echt heftig. Also, wir spielen uns da ganz schön. Haben wir hier Bauern? Oh, da kommen jetzt auch schon welche. 200 Holz brauchen wir da. Ja, das kriegen wir alles hin. Alles gut. So. Ich hätte gern, dass die hier erweitern. Das Wohngebiet. Aber tun sie nicht. Hm. Gut. Dann werden wir hier mal die Industrie verschönern. Wobei, im Moment brauchen wir das Geld. Verschönerungen kosten Geld, Holz und so Sachen. Ich glaube auch Holz. Oder? Schauen wir mal. So, Springbrunnen. Ja. Gold. 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 Und ich brauche natürlich, vor meinem Herrn aus, einen Springbrunnen. Ja, natürlich brauche ich das. No, was passt denn nicht? Alles ist gut. Fein. So. So, da wollte ich noch einschauen. Wir haben da ja echt viel. So, schaltet Kloster frei. Das könnten wir jetzt. Ich habe aber ein wenig im Moment genug von Kirche. Ich könnte es aber mal freischalten. Nur damit es freigeschaltet ist. Ja, wir machen das. So, neues Gebäude freigeschalten. Kräutergarten auch gleich. Die Bienenzoo. Das ist demnächst verfügbar. Woran auch immer es liegt, weil drei, wir haben acht Punkte, können wir tausend. Nein, aber vielleicht noch viel mehr. So. Schreibraum. Vielleicht geht das einfach noch nicht und wird irgendwann es freigeschalten. So, was haben wir da? Wir brauchen, wir haben mit 15 Bürgern. 20 Fische? Wem helfen wir denn? Ja, ihr gleich. So, gleich jetzt. Danke. So, wir haben 15 Bürgern. Wir brauchen 20. Achso, wir haben 20. Wir brauchen 15. Ja, wir werden verschönern. Und dann kommt die Jagdhütte. Der Bergfried. Und der Waffenschmied. So, was haben wir da noch? Ja, genau. Der Herrenhaus aus Stein. Das kommt später. Hey, wir haben 100. Wir haben 100. So. Vielen, vielen an Stoffen. 21. Sehr cool. 100 Einwohner. Ja. Ich freue mich. Ist auch schon enorm gewachsen. Wenn ich mir überlege, wie das begonnen hat hier. Ja. Also, mein Bauch hier wäre was. Nein. Aber hier wird extrem fleißig gebaut. Sehr brav sind. Den Willi-Balt ist so. Und Jean bringt natürlich einen Stein. So. Wie geht es da unten beim Projekt? Da tut sich nichts. Auch bei der Schneiderei und bei der Schäferei nicht. Aber im Moment ist das okay. Was wir tun könnten, das habe ich mir zwar vorgenommen, wir machen es nicht, aber ein wenig könnten wir es ja machen. So, wir machen mal Geschwindigkeit erhöhen. Auf drei. So, wir machen mal auf drei. Und wir schauen mal, was geschieht. Eigentlich wollte ich das nicht. Nein. Nein. Wir haben... Ja, okay. Vom Geld her geht's wieder. Herrenhaus, zwar schön im Bau, aber... Nö, tut sich nix. Add 400 Gold, nö. Oh. Achso, ja, das haben wir im Moment. Das ist richtig, ja. Zwei neue Dorfbewohner. Auch das ist gut. So, wird jetzt da unten schon... Nein. Aber hier, nein. Und hier, nein. Lediglich an der Kirche wird gebaut. Und diese zwei Blumenhäuser da. So, ja, alles gut. So, wir bringen Einzelsteine. Naja, die müssen ja dann nur noch 450 Mal laufen, grob. Also, das passt schon. So, Gold ist alles drinnen, Holz ist alles drinnen. Guck an. Vielleicht sind auch fast alle drinnen. So, irgendwer hat gerade dafür gesorgt, dass wir 800 Gold auf einmal verloren haben. Wahrscheinlich der Einkauf. Von Werkzeugen. Hier. Ja. Ja, wobei. Naja. So. Geht aber schon wieder nach oben. Der Rundturm wird begonnen. Der Rundturm wird begonnen. Oh. So, dann schauen wir denen einfach mal zu. Ah, ist das schön. Sehr fleißig. Und sehr lieb. So, diese Rundbögen, das ist auch super. Weil da bieten sich Wege. Das finde ich ja toll. Durch die Rundbögen. Finde ich super. Über 200 Bären. So, wie geht's denn häusern? Na ja. Da unten das Projekt. Ja. Äh, wenn sich mal wer findet. So, hier ist noch immer das gleiche Tuch. Haben wir. Keine Wolle. Keine Hemden. So, da warten wir auch noch. Und alle wollen natürlich ein Prestigeprojekt bauen. Der Bau des Prestigeprojektes. Noch zwei mehr. Oh, wir haben 900 Gold. Wir haben 900 Gold. Oh mein Gott, oh mein Gott. So. Jetzt plötzlich nur mehr 700. Auch das ist gut. Das geht, wenn wir da jetzt reinstoffen. Nämlich hier. So, wir wollen. Nein, das wollen wir nicht machen. Wir wollen. Hier wollen wir mal Zielsträucher. Wir beginnen mit Zielsträuchen. So, da, da, da. Da, da. So. Da einer und da einer. So, Zielbaum. Kann hier einer wachsen? Wir haben kein Gold. Es geht so schnell, dass das weg ist. Jetzt war es gerade da. So. Dann hätte ich hier gerne einen. So, aber. Zielsträuch. So. Dann hätte ich noch gerne. So. Aber da ist Verkehr drin, finde ich. Oh, das Haus ist ausgebaut worden. Genau daneben. So. Super. Und. Dann hier. Okay. Ja. Machen wir das so. Super. So, dann könnte man natürlich, wenn das Haus hier schon ausgebaut ist. Ja. So, dann kann man natürlich auch in Zielbaum rein. Und drumherum kann natürlich auch das Bäumchen wachsen. So. Ja, pflanzen wir da auch eine näher. So, dann schauen wir uns mal die Hinterseite an. Die ist ja echt nicht schön. Also. Also. So. Da kommt er hier und er hier. So. Zielstrauch. Und ein Zielbaum. Genau. So. So. Und so. Zielstrauch. Und ein Zielstrauch. Zielstrauch. Da. Da ist der Weg dann frei. Das kann da noch. So. Ja, das ist hübscher. So. An der Ecke. So. Zielbaum. So. Ja, gefällt mir. Oh. Da müssen wir natürlich auch über hier reden. Ach, das Gold ist weg. Immer dann ist das Gold weg, wenn man es braucht. Und schon ist es wieder da. So. Zielstrauch. So. Einem Dorfbewohner fällt es an. Na ernsthaft. So. Lachen wir. Ähm. Ähm. Zielbaum. Zielbaum. Dann kann man hier super toll. Einen. So. Einen. Wie ein Gärtchen. Na. Mehr wollen wir da gar nicht. Nein. Lassen wir auch. So. Das lassen wir frei. Und warten, was da noch kommen möge. Hier. Ja. Nein. Springt. Nein. Nein. So. Aber einem Pflanzenbogen könnte man zum Beispiel. Der ist doch lieb, oder? Was kostet der eigentlich? 100 Gold. Na, da brauchen wir doch einen. So. Ja. Lieb. So. Dann müssen wir aber auch hier. Zierstrauch. 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 Und hier einen Zierbaum. Und dann brauchen wir nämlich auch hier. Einen. Ja, ja. Ich mach ja gleich. Einen Zaun. So. Und einen Zaun. So. Oh. Das wird lieb. So. Dann schauen wir mal. Oh. Oh. Also das sieht echt schon. Echt schon cool aus. Sehr schön. So. So meine Lieben. Aber. Das war's für die heutige Folge. Ich danke fürs dabei sein. Und. Ja. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.